So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Need for Speed Underground Rivals. Wir haben ja hier noch gar nicht unsere Decals ran gemacht. So, lean back, lean back, lean back, come on, I said, money, don't dance, we just pull up my pants and do the rock away, now lean back, lean back, lean back, lean back, come on. Hard to the easy, M to the whiz-eye, my arms stay breezy, the dawn stay fizz-eye, got a day that ate, I'm in the 740-fizz-eye, and I just bought a bike so I could ride till I die, with a matching jacket about to cop me, a man share my squad in the club, but you know they not dancing. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Schlechtere Beschleunigung, Schlechteres Hemding. Dafür eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit. So, dann versuchen wir mal, ob wir jetzt mit dem Nitros Run hier, mit dem Skyline, eine Chance haben. Theoretisch müssten wir, ja? Schlechtere Brune Spiegelässigkeit Spiegelässigkeit Spiegelass наш Spiegelassdef lleva Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm... 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 Ah, scheiße! Alle Tasten falsch! Shit! Hmm... Ich hab doch hier links... Okay, also... Wie kross! Das können wir noch probieren! Dat können wir noch machen! Ja! 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 so jetzt aber den gulf das ist die einzige farbe die dem einigermaßen steht das sieht gar nicht immer so schlecht aus ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei nem Allrahter und nem Grundrückler. Nein, das ist ein Getty, ist kein R32, ne? Also der hat kein Allraht. Egal. Gut, wir machen im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis gleich.